Äh, Schaft und Griff. Nur die zwei, ey. Erstmal alle muten, warte mal. Muss ja nicht sein, ey. Ist das wieder Abschuss bestätigt? Jo. Jo. Oh, auf Hardcore jetzt. Ja. Mal schon. Mal schon, ob der diesmal auch die Sounds mit aufnimmt. Also, das Geball von uns beiden hier. Gradage fliegt! Abschuss bestätigt. Kontaktfreigabe wurde erteilt. Hm. Wie wir beide erstmal warten, ey. S-Mine auch noch. Serious. Wo ist er hin? Da das Haus hochgeht. Ach, von hinten, weißt du? Ich such den extra und dann kommt er auf einmal von hinten. Oh. Oh. Wo ist er denn jetzt? D4, Mann! Was ist denn das? Was soll der mit? Wer spielt damit noch? Das ist ein Abschuss! Ach, der Heckenschutz weht noch? Serious? Dank fürs... städtigen Krolesch. Ich bin nix lieber dir, ne? Nicht schießen. Wir tocken hier kein Hardcore-Nails. Keins. Oh, ich hab Justierungsshaft, hab ich jetzt. Boah, eh? Ja. Ich glaub, manch andere hat das anders zu hören. Da kommt der da geradezu entgegen. Ach so, die Overpowered Cap. Jetzt konnte er mich schon dreimal hintereinander kehren, ey. 1 zu 4. Ich hab 2 zu 3. Ich geh auch noch über die andere. So was für ein schlecht gewordenes Spiel, ne? Jetzt springt der da so runter. Jetzt ist... Es ist noch schlimmer als ein Battlefield, ne? Oh, ein gescheuchter Gocke, ja, ja. Bei Battlefield 3 haben sie uns ja das Spiel jetzt mittlerweile eh schon längst verhunzt. Für uns natürlich, ne? Nicht für andere. Ja, da oben liegt der Marco von mir, ne? Passt du mit dir. Ach, da ist er. Ah, da ist einer ins Haus reingerannt. Da ist geradezu ein Schnipper. Sleep, ey. Ja! Ach, da... Schall gedämpft? Ne. Ach, mit dem Visier noch. Da ist man für die extra blinden, ne? Ist er tot? Campen, ey. Ganz am Ende auf dem Spezialberg, da ist auch so ein Sniper. Hab ihn. Und das ist... Ach! Das war der Falsche. Nicht bestätigt, oder? Das war der Falsche. Ey, das gibt's jetzt nicht. Weißt du, das Messer ist an ihm vorbei. Komisch, bei jedem anderen hat das eine Range von, was weiß ich, 5 Meter? Bei mir ja nicht. Ach! Warum legt er sich nicht hin, wenn ich hinlegen drücke? Was soll ich denn da bist? Was soll ich denn da bist? Soll ich denn, meinst du so? Na, draufschauen halt, ne? Naja. Und was gibt der hier im Hester? Mit der Schrotflinte, ne? Ich glaub, das ist die S12 oder so, ne? Genau, genau. Ja. Naja. Was ist das hier für eine? KSK. Na los, na los! Mit der RBG hat er den getubt, man. Haben wir auch so'n Tuber-Mate am Start, ne? Hast du ne Drohne irgendwie? Nö. Nö, ich auch nicht. Ja. Ach, S-Mini überlebt, du Arsch. Abschuss erledigt, vorritten. Genau. Hab ihn. Hab ihn. Vollzeit, ey. Ja, komischerweise hat mich die S-Mini diesmal nicht getroffen. Hinter uns. Hast du da? Ist der da? Ach der ist... Meinem kaputt. Auf ihn. Ach, du Eiliger. Mit sich natürlich wieder der ein. Sinds auch wieder zwei Leute. Ach, das ist ein dreier Team. Wir haben immer... Nein, von zwei Seiten. Ey, wir haben entweder ein Drei- oder ein Vierer Team gegen uns, ne? so nix neues ich bin perfekt in die schockladung rein und dann kehrt mich dieser maschine von hinten hast du ihn den arsch wenn du ein hauptgebäude und wieder hat er ihn gerettet das zweite mal das christian gerettet hat hier ich krieg den bomber und diesen anderen penner nicht totgeschossen ach ich konnte ja doch mal schießen ich hasse diese mates ne ich bin doch eh die ganze zeit allein erstmal zusammenlaufen danke wir wollen ja nicht sterben ne das ist unsere ja meine gott sei dank hast du ihn erwischt der heckenschütze wieder ganz hinten rechts ne ja ja wie immer lass den holen wir haben sich auch keine muni mehr ja meine peacemaker hinter uns ne ich glaub der ist ja wieder hier oben auf dem deck da drauf ja der sucht uns wahrscheinlich ne ich geh mal von anders rein hier sind zwei am auto mach ich mal genauso schön hinlegen ja dann kriegst du kein nato wo bist du denn jetzt hin ich war direkt eingekreist ey sorry der ist oben auf die da oben ist er hin gelatscht oben beim helikopter ist er oder ist er jetzt weiter gelatscht ist heute wahrscheinlich marco oder so keine ahnung was oh er ist da immer noch da hinten ne grünchen wär jetzt mal nicht schlecht sag ich dir kommen wir ja auch nicht ja ich sag ja es wäre nicht schlecht er ist ganz hinten am hügel zu schimmen weißt du das lernt trieb ich irgendwas ja was hat der für ne der variable zoom hat der von der ja mit der pistol oder ach der ist noch nicht tot Wer hat den letzten Krieg gemacht? Ja, Hauptsache, du hast für uns so 13, ne? Ach, schau. Schau aus dir an, so richtig schäbig, Mann. Handy, ja, ja, Handy. Oh, wer ist noch beinahe gegrillt worden, ne? Wurde gegrillt und dann lag da noch neben der S-Mine, ne? Ach, die Todeskombi, ne? Oh, yeah. Oh, ja, mal wieder. Ja, was?